Rüdiger Rammel, Rüdiger Rammel finde ich gut, Alter. Rüdiger Rammel. Unerfahrener Manager eingesetzt. Er hat den neuen Trainer R. Rammel der Presse vorgestellt. Zwölfen Halt, Junge. Das wird der neue Banger im Kader. Das wird der Banger, Alter. Oh, Freunde, guckt euch das an. Der erste Titel für Rüdiger Rammel. Der erste Titel für Rüdiger Rammel. Endlich. Hat er sich aber auch verdient. Zweite Liga. Nie mehr. Nie mehr. Nie mehr. Zweite Liga. Jetzt kommen die Standards. Endlich gut. Goal. Der Mallorca. Komm, Gareth. Komm, Gareth. Klingelingeling. Zahlt sie ein Heim? Ey. Boah. Bruder. 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 Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, Digga. Europa-Pokal. Digga, nehmen wir die auseinander. Alter, machs, ag. Und dann gesch den Garder mit ihr. Und dann eigentlich nichts mehr krank. Und dann zie If I to them be- Und dann scheiße zu... habe ich die Auseinander drove davon. Und dann fahren wir... Und dann fahren wir die Auseinanderifsangeheit und Der Bierkönig hat seine erste richtige Trophäe. Freunde, wir spielen nächstes Jahr in der Champions League. Wir spielen nächstes Jahr mit RCD Mallorca in der Champions League. Ist es was zum Kühlen oder ist es was zum Kühlen? Der RCD in der Champions League, auswärts bei Celtic Worms. Kann man nicht verkarten, Junge! Und es ist wieder Silvaira! Und es ist wieder Silvaira! Digitärkönig hat ihn die Zuschauer an. Wenn noch ein Kühlen started, ist es wieder Silvaira! Laubera Merах Die Trophäe Tiefer Jetzt scheinen